So, ich bin's wieder mit Arma 3. Ja, nachdem ich jetzt die Mission endlich geschafft hatte, die Drohne zu steuern... Pff, war eine schwierige Folge, ich weiß, aber egal. Okay, bin jetzt wieder im Camp Wechsel und dann schauen wir mal, wo wir weitermachen. Genau, ja, letztens bin ich schon reingelaufen, dann mit dem Schluss eventuell fast vor der Kaffe. Mit der Spalterstein, die ich leider wohl gerade zurückkomme. Gehen wir jetzt zurück, äh, gehen wir zur Karte und gehen die nächste Mission an. Das klingt gut. Das klingt gut. Okay, next roll, okay. 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 As I'm sure you're all well aware, comms are still down. Efforts to reestablish contact with NATO-Medcom have thus far proved fruitless. The plain truth, gentlemen, with the AAF regrouping, we must reestablish a link soon. Now, beside the airbase, Mike-26 is the most high-tech installation on Stratis. It's also one of the most strategically valuable positions on the island. It's a risk, but hitting the facility will deal a serious blow to the AAF. And if anywhere holds an opportunity to reopen channels, it's there. This will be a coordinated effort. Charlie will set up a mortar, Alpha will provide overwatch and mark any priority targets. We'll strike hard from a distance and together with Bravo, move in quickly, hold the positions against any potential counterattack. Okay, squad leaders, form on me. I'll share some extra details. The rest of you, get set. Dismissed. Dismissed. I'm just curious how I'm going to betray again. Or not. But I'm going to betray. So, I'm going to have a security position with a look at the flight station, Mike-26. We will see. Let's see, oh. Alpha to Bravo. Charlie, what's your status? Over. Das ist Bravo. In Position. Awaiting the order. Over. Charlie here. We're all set up. ETA 2 Mics. Over. Copy that. Alpha out. Ich glaube, es wird das Gefühl zu nehmen. Carry. Dismount. Carry. Pull fire. Move up. On the way. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Stay low carry. Okay. Be advised. Support units are now on standby. Out. Move 75 meters. Front. Hit the dirt. Okay. Let's go. Hmm. All units. Be advised. We have taken up a position on Overwatch. Charlie, expect requests for fire mission shortly, out! Alright, Kerry, you're up. Call out targets for Charlie. Remember, the tower at Bravo's entry point, anything guarding the main entrance, has priority. No. Communication. Artillerie, beschoss. Ich bin ja gespannt. Oh, das guckt mich schnell. Rounds complete! Out! Wenn man doch die E-Tage-Projektive... Da bin ich ja gespattet. Hm. Ah, doch. Das wird noch ein Ton. Nacht. 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 Ja, ich habe es doch... Null. Ich hab das doch gemacht. Ich muss doch bescheuert oder was? Tension. Requesting immediate fire support at the designated coordinates. Target location received. Ordnance is inbound. Out. Gut. Rounds complete. Out. Was treffen wir jetzt? Noch mehr oder? Splash. Out. Und? Ich hab doch die Wachtürme getroffen. Ich verstehe halt nicht. Ich verstehe halt nicht. Ich verstehe halt nicht mehr. Oh, ich weiß nicht mehr. Auf dem Schwerpunkt. Dann merken wir das. Insch hass. Trenuerst Schwerpunkt. Darm. Ents.... ... Trenuerst ich nicht mehr? Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr. Da stand da nur Wachttürme treffen Ach, ist doch der Wurst Bravo's on the move, out! Hä? Ach, das klopft mich wieder an. Das waren doch die Wachttürme, da bin ich völlig bekloppt Verdammte Scheiße Was ist das? 200 m, in front! Weapons free, stay sharp! 100 m, in front! Dismount! 100 m, in front! Copy! Waiting! Copy! Standing by! Soldier, 75 m, in right! 풀en Bic like, up! W coupled Weapons free, chat Bic likey Seedmentioned eines 100 m, in front! Werden ih Front! Adam! FN-18! Running low on that one. Target neutralized! Man! 100 meters front! Franklin! Engage that man! Front! FN-18! Three! View that fire! View that fire! Man! 75 meters just up ahead! Man! 100 meters front! You got the... I'm running. I'm running. No! No! FN-18! 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 Man down! Three! I'm a new actual. KOMOBE! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Falkon, das ist Alpha. Be advised, wir haben Mike-2-6 geschlossen. Ein Wort auf A-A-F-reinforzieren? Auf geht's! Excellent work, Alpha. This takes us one step closer to leaving this rock. Wait one. This is Delta. Be advised. Greenbacks are definitely mobilizing. We counted at least two motorized infantry squads. They're gearing up at Rogaine. We're on route, back to your position now. We're trying to open up a channel to Medcom. Just watch your fire. We're coming in from the northeast. Will do, Delta. Carrie, there's another watchtower at the northern end of the facility. Get up there and put our remaining rounds to good use. Charlie standing by. I'm getting away. I'm getting away from the building. I'm getting away from the building. What's the problem? I'm sure it's going to come. I'll public that. I'm getting away from the building. I'm getting away from having to the building. Vielen Dank. Tja. 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 We're too close for our mortar. He needed him. 200 meters front. Target down! Scratch one! Covering fire! Target! On the move! Move! Covering, go! Moving! Moving! Man down! Moving! Okay, let's go! Go! Move right! Comment me! Okay, let's go! Okay, let's go! Oh Leute, wo seid ihr denn? Ich steh doch nicht. Ich steh doch nicht. Ich steh doch nicht. Ich steh doch nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin nur sind und umgerandelt. Wir haben doch von hier hinten. All die Equipment's fried. At least we can rig it to blow. We're setting the charges now. All squads, gang clear. Wait, what? You can't just blow it up. What the fuck was all this for then? Stand down, Bravo. That's an order. If we can't hold it, we raise it. Proceed, Delta. Burn it down. The rest of you four back to Maxwell. Falcon out. Timer set. 60 seconds to detonation. 3. Ready? Ein Verbecker! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020